Und es ist natürlich auch ganz gut gegangen, lieber Ponda, weil diese Plattform natürlich auch gut vernetzt ist. Es hat auch sehr gut funktioniert. Und es hat natürlich auch die Kraut sehr gut mitgemacht, weil um das geht es ja eigentlich. Wenn ich mir die Kraut sage, das interessiert mich nicht, dann haben wir ja auch ein Problem.